Halli, Hallöchen, wir haben wohl ein paar Spätzen da. Hallöchen, 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 Hallöchen! Choose your crew! Hahaha! Hope they fair better than Kunkas! 10 Sekunden Your turn to pig Use it wisely Oh Oh So mid? Mid? Your pick Send out the press gang Choose your crew Ha 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 Hope they fare better than Glukas Draws Draws What? Drei tanks Wow Nein Ich sag nicht, dass wir Serge Schmidt Oder Visage Oder wie auch immer Schlecht in der Mitte sind Nein Ich sag, dass du 300 Spiele hast programmed né Bist ja 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 Genau W Kimi Ja Ok Das war's für heute. Warte, wie viel sind das? Nein, 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 nein. You give him damage from the back. Don't do it, don't be killing spray me. Thanks. Bro, you killed me. You know that, alright? I don't know. 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 Come on. I don't know. 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 Hmmmm... Sorry... Das war's für heute. Ich hoffe, ich kann ihm einen abgeben. Oh, Tatsache. Ich hoffe, ich kann ihm so einen geben. Nee. Bristleback fehlt immer noch. Okay, das könnte mein Ring sein. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Dang it. Task. Ah, shit, man. Fuck, man. Ernst jetzt? Nop. Nop. Wissen wir gar nicht, er hätte nicht hierher folgen. Nop, wird er nicht. So, einmal kurz abgebogen. Ah, Gott. Nee, gibt's nur zur... Äh, in der Base, okay. Task fehlt immer noch? Warum fehlt... Warum rennt er da rum? Sucht er mich? Ich hätte jetzt blöderweise ganz gute Chancen. Oh, oh. Nein, Task heißt. Yes, heißt. Glanke ist ja. Das war etwas the best. Janne. Musst du? Ja. 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 Ja, ja, ja. Oh Ich kann stecken Oh Gott Oh Gott Guck mal Kann ich eh nicht Hm, aber das ist drin Okay Soll ich im Kurier sein Okay Okay Now, it's time auf mich ist da jetzt niemand und Tusk ist da und das war meine Clarity ich gehe ja schon gehen wir nicht auf den Keks oh da war eine Arrow einmal Call Feed ah shit ich hätte vielleicht vorher holen sollen oh verdammt hoopsa wow ok ein Vogel verloren warum geht der nicht weiter rein oh mein Junge ich könnte mal sagen er hat in gewisser Form Glück gehabt oh 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 Wie man braucht. Ah! Verdammt! Ah, Mann. TASK ist immer noch da. Wollen wir ihn wegzuschicken. Wupsah. Hoppala. Hahahaha. Trash, mate. I don't know my own strength. Dang it. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ah, fuck off, Mann. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. TASK ist auch raus. Okay. Oh Gott, Mann. Drei Stück. Das ist momentan drei, ja. 30 extra Schaden. Bin ich mal gespannt, ob das... Ah, Denge zählt nicht auf den Tower, okay. Oh. Da ist Patsch noch da. Viel kann ich nicht machen. Ich kann nicht... Ich hab kein Mana mehr, ne? Sorry, aber ich kann nichts machen. Oh Gott, ich hab's nicht DC. Oh Gott, ich hab's nicht zu. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Putsch kommt in die Mitte, okay. Okay, Putsch kommt. Okay, Putsch kommt in die Mitte, okay. Oh, alle sind zurück. Invis, das ist nicht gut. Das war jetzt mal... Oh, wo hat er eine Remnants stehen? Wofür habe ich mitbekommen? Putsch, schreck mich doch nicht so. So, dass wir was mitbringen können. Silencer und dann kriege ich auch mein Kram. So. So. Ach, zwar nicht viel, aber... Alle drei hier. Quatsch, kommt da lang? Warum geht der da lang? So, ich werde mir jetzt ein bisschen XP ziehen. Theoretisch sind die ja nur noch zu dritt. Was ja bedeuten würde, ich kann mir hier einfach die XP ziehen. Regeneration! Behold the apparition! Bitte! Okay. Oh, sie sind in der Mitte. Okay. Kann gut sein, dass sie jetzt hierher kommen. Deswegen mache ich mal einen Abflug. Abflug. Ähm... Lanes pushen. Das wird interessant. Die Bestellen, Gaia, Oktarinkor und nur die Blaster raushauen. So, jetzt hat er natürlich erstmal die Hacke voll. Hoffe ich doch zumindest mal. Ohohoho. Ohohoho. Now the bird... Bird drop! Drop your birds! Ha 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 ha! Launch bell is ringing! The enemy's middle tower just ran aground! Komm schon, Ice Blast! Yes! Die müsste... Dang it! Amber wäre hilfreich gewesen. Dang it! Da ist er nur ein Stück weiter. Ich hätte es irgendwie hinbekommen. Und ich hätte... Und die wäre zersprungen. Hätte ich meine Kills über die Distanz gehabt, aber hey. Ich bin auch gut. Ich bin auch gut. Battlefury... Magie Schadenerhöhung. Oh... 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 Ich werde das nehmen. Ich werde das nehmen. Ich werde dich nicht mehr aufnehmen. Hm... Tja, meine Freunde... Ich werde das nehmen. Die aufeinandertreffen. Ah... Oh... Es ist schon wieder Pascha. Okay. Okay. Oh, Jules mit Kaya zuerst vielleicht. Ich habe meinen Eisblast ready. Oh, Jules mit Kaya zuerst. Oh, sie ist eh betäubt. Eine Fluchtaxt. Oh, Jules mit Kaya zuerst. 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 Heist. Haste. Heist. Um. Um. Dewarded. Er ist. Schöne Dangit! Oh! Hammer in! Na also... Ah, Bristleback! Bristleback! Ice Blast incoming! Use your words! A dark slime! There goes the enemies bottom tower! There she goes! Onward! Ha ha ha! Without his passive we can get him! The spirit moves me! No, no! Farm is farm if I get one! Butterflies! Sparkling or false- Blast! Was brauche ich denn da? Ach, habe ich schon lange. Schön. Magie Schadenerhöhung, Leute. Das ist doch was. Haste. Ja. Eventuell der Silencer. Jetzt ich. Wow. Wow. Arrow miss? Hm. Ich habe nicht viel. Selbst wenn ich meine Kaya habe. Magie Schadenerhöhung. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Zwei, neun, acht. Nicht das optimalste Spiel. Okay. Wow. Oh, da war der Kurier. Wir haben ihn verpasst. Ich hab keinen Mana. Dang it. Hm. Warum nicht? Warum nicht? Oh, ich wollte mir ja noch das in Woods holen, hm? Lutz, 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 lutz. Okay. Nee. Weiß Teil der Karte angesehen hier. Wollen wir doch mal sehen. Magie Schaden erhöhen. So. Okay. Wollen wir doch mal sehen, ob wir hier einen finden. Jetzt sollte ich nicht so viel mit der Eisvortex um mich herumwerfen. Oh, shit. Oh, shit. Dreht um. Mehr oder weniger. Ups. Fuck, man. Im Ernst? Ich bin sehr. Ich bin sehr, sehr. Ich bin sehr. Das wäre beinahe der Kurier gewesen. AA-Kurierkiller. Oh, Ember ist gut. Er farmt die ganze Zeit alleine. Oh, wenn ich Task gleich erwische, dann ist er tot. Ist das jetzt dein Ernst? Hätte ich Task getroffen, wäre der tot. Mann. Das ist ärgerlich. Dang. Okay. Woopsa. Oh, so weit. Die Range, ey. Leck o mio. 12, 10. Nicht ganz so gut. Geht eh nicht passend ankommen. Hmm. Hmm. Tja. Hallo? Achso. Es ist nie verkehrt Geld zu haben. Es ist nie verkehrt. Pack. Okay. Oh man. Oh shit man. Kann ich nichts machen. Okay. Okay. Rosh, Rosh wäre eine gute Idee. Okay. Ah. Politiker. Ja. Achtel. Du bist ja, ich... Godll. ... Ein Mal... Oh, spin! zu spät zu spät zu spät auch noch da bin ich schon lang nicht mehr um wow okay ja Wow, whoopsa. Wow. The shit is hard. Der könnte auch Laufen Auch wir sind am gewinnen Also Alles okay Kind of Jetzt bin ich natürlich Lang noch nicht da Ach man Hätte ich mal Patsch In dem Moment getroffen Hätte ich bestimmt gefreut So Ah fuck man Oh Er ist tatsächlich eingefroren Okay Nicht schlecht Ähm Klar kann man Ähm Äh 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 Ah, dang it. Ups. Der ging daneben. Oh. Hier hat er. Ups. Sorry. Oh Gott, was ist das denn jetzt schon wieder? Man muss nur lange genug ablenken. Ach so, du hast das gar nicht genau auf den Namen geguckt. So, aber keine Kills aus der Entfernung. Schade, schade, schade. Ja, was soll man sagen? Schade, Sieg ist Serie auch unterbrochen. So ein Mist aber auch. Tja. Wow, Pudge hat nicht über 13.000 und ich hab... Okay. Zwei Hearts hat er gehabt. Aber wir haben es ja gar nicht gebraucht. Wir hatten Mega Creeps und dann Stück für Stück für Stück. Ich muss zugeben, wären die anderen zwei drinnen geblieben, wäre es noch wirklich hart gewesen. Denn das hatte ich mir eher vorgestellt. Was ist das hier? Okay. Nicht der letzte beim Gold. Aber das ist natürlich... Amazon Heart. Ah, hier hat er sich das Heart noch zusammengesetzt. Und dann... Drinko auf einen Satz. Alter. Hm. Okay. Gut, dann... Gut, dann... Next one. Okay. Okay.